Okay, also Mid Journey Version 5.2 ist draußen und das ist ein Bild, das ich damit generiert habe und es ist wirklich ziemlich beeindruckend. Nicht nur visuell, also klar, natürlich ist es wunderschön, aber achtet auch mal auf die Details. Wir haben hier unten die Spiegelung von, also ich habe einen Beach gemacht, einen Beach auf einem Alien Planet, deswegen ist der Mond auch so komisch. Und wir haben hier unten die Spiegelung von diesen Felsen, wir haben hier Spiegelung, wir haben die Spiegelung von dem Mond, sogar von dem kleinen Extramond, von der Sonne, von diesen Felsen. Alles hat seine richtige Spiegelung. Ich bin richtig beeindruckt von diesem Bild, was das technisch eigentlich so drauf hat. Also es ist einfach akkurat. Jetzt will ich einmal ganz kurz mit euch die neuen Features ganz kurz durchgehen. Nach der Bildqualität geht es nämlich noch weiter und ich möchte mit euch auch gerade mal kurz einen kleinen Lauf von Version 4 mit Journey auf Version 5.2 gehen. Denn ja, es ist einiges passiert, muss man so sagen. Wir starten mit Version 4. Ja, man sieht schon Unterschiede, würde ich behaupten. Also hier kommen Wellen irgendwie vom Strand ins Meer rein, die Berge haben keine Spiegelung und alles sieht ein bisschen verwaschener aus. Das ist okay, das kann man so machen, es ist halt ein gewisser Stil. Ich habe den Stil nicht festgelegt, aber Version 5.2 hat mir gerade besser gefallen, sagen wir es so. Also, das ist Version 4 gewesen. Version 5 sieht dagegen schon relativ gut aus, muss man sagen. Hier gibt es leichte Spiegelungen im Wasser, aber es sieht nicht ganz so hyperrealistisch aus, sondern eher auch so ein kleines bisschen, man sieht, dass das Bild nicht unbedingt echt sein kann. Weil, ich weiß nicht, also ich sehe das einfach irgendwie hier vor allem an dem Wasser, das Wasser wirkt irgendwie zu flüssig, so ein bisschen wie Öl fast schon. Gut, ich meine, es ist ein Alienplaner, es kann auch Öl sein natürlich. Aber, ja, man sieht einen Unterschied. Dann haben wir hier Version 5.1 und hier muss ich sagen, sind große, große Unterschiede in der Bildqualität passiert. Allerdings finde ich diesen Menschen da sehr, sehr weird. Aber, das ist vielleicht einfach nur ein Artefakt von diesem Bild. Es gibt natürlich auch bei 5.2 immer wieder Bilder, die nicht so toll aussehen. So, und dann hatten wir hier Version 5.2, das ist das, also ich habe einmal ein 16 zu 9 erstellt in 5.2, das ist 16 zu 9, 5 zu 2. Das ist ein 1 zu 1 Bild, also ein quadratisches Bild in Version 5.2. Selbes Prompt übrigens immer. Ich zeige euch das gleich, wie ich die Prompts gemacht habe. War wirklich ein sehr simples Prompt. Und hier sehen wir auch wieder, alles spiegelt sich so ein bisschen im Wasser. Das Wasser sieht irgendwie flüssiger aus. Die Berge sehen realistischer aus. Im Hintergrund läuft bei Version 5.2 natürlich auch nicht sonderlich viel mehr als bei Version 5. Also man weiß es natürlich nicht genau. Aber grundsätzlich, was bei MidJourney häufiger mal gemacht wird, ist, dass sie sagen, okay, und das ist sowieso immer in deinem Prompt drin. Sie machen quasi Default Prompts, die dann euer Prompt auch mit einem einfachen Prompt, also auch wenn ihr nur was sehr, sehr Einfaches eingebt, wie ich in diesem Fall, einfach nur Beautiful Fantasy Beach on an Alien Planet. Dann bekommt ihr trotzdem natürlich ein längeres Prompt, also sowas wie No Ugly Hands oder sowas, wird dann einfach hinten dran gehängt und ihr kriegt das gar nicht mit. So, ich habe übrigens gelesen, das dürft ihr mir gerne in den Kommentaren bestätigen oder verneinen, das weiß ich nicht, ob das stimmt, dass bis Version 4 Stable Diffusion im Einsatz waren, ab Version 5 nicht mehr, was ich sehr faszinierend finde. Gut, anyways, wir haben hier jetzt tatsächlich Beautiful Fantasy Beach Version 4, also ihr seht, wie ich es eingegeben habe. Dann habe ich Version 5.1, ich habe wirklich nichts anderes gemacht, normalerweise mache ich sehr viel mehr mit den Prompts. Dann habe ich hier einmal Version 5, also das sind die 4 von Version 5, das sind die 4 von Version 5.1 gewesen, die alle schon beeindruckend sind. Das sind die von Version 4 gewesen, die auch alle nicht schlecht sind, muss man auch dazu sagen. Und genau, die von Version 5.2 waren einmal diese 4 hier, die wirklich, wirklich schön sind, das sind die quadratischen gewesen. Und diese hier in 16 zu 9, die auch sehr, sehr schön sind. Das ist ein bisschen düster, aber gut, ich meine, ich habe es nicht spezifiziert, von dem her ist es in Ordnung. So, das ist das erste neue Feature. Also ich muss sagen, die Bildqualität, finde ich, ist nochmal ein Stückchen hochgegangen, beeindruckend. Das zweite ist, und das sehen wir übrigens auch hier bei diesem, auch bei den alten Versionen, also auch bei Version 5.1, bei Version 4 nicht, aber bei Version 5.1, haben wir diese Funktion zumindest teilweise auch. Bei Version 5.2 haben wir aber alle Optionen. Und zwar Barry, nämlich Strong, also starke Veränderung, leichte Veränderung, Zoomen, also rauszoomen, leicht rauszoomen, Custom zoomen und Make Square. Das sind neue Funktionen, ich will euch die einmal ganz kurz zeigen. Ich werde mich jetzt nochmal eins neu generieren lassen, und zwar nehmen wir einfach mal das dritte, damit wir ganz nach unten können, damit ihr mal die neuesten seht. So, tada. So, das ist jetzt also unser Bild. Das ist die Version 5.2. Und wenn ich jetzt hier Make Square mache, dann wird natürlich ein quadratisches Bild draus. So, das dauert ein bisschen. So, und jetzt ist wichtig, dass es nicht eins zu eins einfach squared wird, also schaut euch das Bild kurz an. Und das sind die Bilder, die rauskommen. Ich kriege auch, ah, laut, ich kriege auch spannenderweise hier wieder vier Bilder zur Auswahl, die alle sehr ähnlich sind, aber trotzdem muss ich mich selbst entscheiden. Und wir sehen, es wird, also das kann man hier, glaube ich, am besten dran sehen, an diesem Wasser hier vorne, es wird nicht eins zu eins ein Bild einfach zugeschnitten, sondern es wird schon neu generiert. In dem Fall sehen wir hier, ich mache mal eins davon groß, nehmen wir einfach mal das erste und nehmen wir auch nochmal das dritte. So, das hier ist das Startbild, also das, was ihr hier im Breitbild seht, ist das Bild, von dem wir ausgegangen sind. Und das haben wir dann squared gemacht. Jetzt achtet hier vorne auf den Wasserverlauf, ja. Hier geht es so rein und dann geht es hier vorne eigentlich gerade wieder weiter. Was wir also gemacht haben, ist eigentlich, wir haben das Bild nicht zugeschnitten, sondern wir haben es erweitert, nach vorne hin. Das heißt, es ist quasi hier vorne noch ein Stück rangekommen und oben sehen wir es an diesem Fleckchen hier. Hier oben, dieser rote Teil, der ist auch neu dazugekommen. Das heißt, was jetzt im Endeffekt bei Mid-Journey passiert ist, hier war ursprünglich mal dieses 16 zu 9 Bild und es wurde jetzt kein neues Bild generiert oder dieses bestehende Bild einfach verändert oder zugeschnitten, sondern es wurde oben und unten noch was dran gepackt. Und das ist in der Hinsicht natürlich schlau, weil das Zoom-Feature A schon ein Feature ist, was sowieso dabei ist und B haben wir hier nicht das Problem, wenn wir irgendwie ein Gesicht haben oder sowas auf der linken Seite, dass wir dann einfach das Gesicht abschneiden, ja. Das ist einfach die schlauere Option, da noch was dran zu packen. Okay, jetzt haben wir hier natürlich die Auswahl, ob wir das wollen oder ob wir das wollen. Und hier sehen wir ungefähr, wo es auch schon gebaut wurde. Hier unten hört es auf. Eigentlich ist ab hier, ab diesem Steinhaufen, diesem unteren Steinhaufen, das ist neu. Und hier sehen wir auch, unterscheiden sich die Bilder. Also das Bild ist ab hier ungefähr neu und das Bild ist ab hier ungefähr neu. Okay, dieser Steinhaufen ist hier nicht dabei, dieser Steinhaufen ist hier nicht dabei und hier oben auch die Wolken sehen anders aus. Also das ist quasi das, was immer sich so dabei verändert. Es wird wirklich quasi oben und unten was dran gebaut. Das wollte ich euch damit zeigen. Was mich zu meinem nächsten Feature führt und zwar dem Zoom-Out-Feature. Zoom-Out kann ich in mehreren Stufen machen. Ich kann Zoom-Out zweimal machen, ich kann Zoom-Out eineinhalbmal machen oder ich kann Custom-Zoom machen. Wir machen hier einmal Zoom-Out zwei, einmal Zoom-Out eineinhalb und einmal mache ich mal ein Custom-Zoom von, und hier kann ich das auch angeben, wie ihr sehen könnt. Dieses Formular wird an den Mid-Journey-Bot geschickt und dann kann ich hier quasi hergeben und sagen wir mal einfach zehnfachen Zoom-Out machen, um euch das mal zu zeigen. So, und genau, das ist eben so die Stufe. Genau, das wollte ich im Endeffekt damit. Zoom muss aktuell noch zwischen 1.0 und 2.0 sein. Das heißt, 2.0 ist das Heftigste, was wir machen können. 1.0 ist quasi das Originalbild und alles dazwischen ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich, und das ist der Trick dabei, hier zwar der Zoom auf 2.0 beschränkt, aber wir gucken uns gleich noch einen kleinen Trick an. Genau, und übrigens dieses Vary, das ist einfach leichte Veränderung und starke Veränderung, zeige ich euch auch am Ende nochmal. Oh, die werden glaube ich dunkel. Okay, die sind sehr dunkel geworden und zwar alle davon. Das ist der, ich glaube, das war der eineinhalbfache Zoom hier. Hier, wir sehen hier, es ist ein bisschen rausgezoomt, aber es ist sehr, sehr dunkel geworden. Das hier ist etwas noch weiter rausgezoomt. Ich würde mal das oberste nehmen, hier das U1, das ist nämlich das hellste davon. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass das Modell einfach erkannt hat, okay, hier ist eine Sonne, die ist gerade am untergehen. Ja, wenn die Sonne gerade untergeht, ist nicht mehr so super hell. So, das ist jetzt mein herausgezoomtes Bild. Und wir sehen hier, an der Seite tun sich irgendwelche neuen Sachen auf. Jetzt kann ich hier weiter rauszoomen. Und das ist ja das Besondere hierbei. Das heißt, ich habe hier noch die Möglichkeit, noch weiter rauszuzoomen, mir davon wieder ein Bild zu bauen und so weiter und so fort. Ich baue euch da was und zeige euch am Ende, was ich meine, was man damit Cooles machen kann. Ihr kriegt dann am Ende so ein Mini-Video noch von mir. Aber das hier kann ich auch noch zum Beispiel variieren. Und zwar einmal stark variieren. Und ich habe hier keine Möglichkeit, das irgendwie einzustellen. Ich habe nur die Möglichkeit zu sagen, make variations. Und ich habe die Möglichkeit, subtle, also leichte Veränderungen zu machen. Ich zeige euch gleich mal, was ich damit meine, wie das dann aussieht. So, das sind jetzt die leichten Veränderungen. Wir sehen, also ich muss sagen, ich finde die leichten Veränderungen tatsächlich deutlich schöner, weil wir hier ein bisschen mehr Beleuchtung mit reinbekommen. Das ist sehr gut. Aber die starken Veränderungen sind nochmal beeindruckender. Hier haben wir viel, viel bessere Beleuchtung. Wir haben nicht so ein dunkles Areal. Wir haben hier vielleicht nochmal teilweise extra Sachen. Also wenn wir rauszoomen, nicht um des Zoomes willen, dass wir nachher irgendwas damit machen können, dann muss ich sagen, sind die Variationen natürlich deutlich, deutlich besser. Der Zoom hier ist nämlich mittlerweile extrem dunkel geworden und man kann eigentlich wirklich wenig nur noch erkennen. Was sehr schade ist natürlich. Aber wie gesagt, über die Variations, die ihr auch auf die rausgezoomten Bilder anwenden könnt, geht das natürlich ganz gut. So, jetzt gerade wenn wir nicht das Problem haben, dass es super, super dunkel ist, das ist jetzt in dem Fall wegen dem Sonnenuntergang passiert, können wir was anderes machen. Und das zeige ich euch mal eben. So, ihr seht jetzt hiervon nicht alles, weil das Ding braucht zwei Bildschirme. Das ist mein Schnittprogramm. Und wir können jetzt hier aus diesen Bildern natürlich, ja, eigentlich fast schon einen Film machen, weil wir wissen, dass das Doppelte herangesoomt ist. Also was wir machen ist, wir bauen uns hier quasi eine Transition, dass wir hier sagen, okay, Faktor 1, also wir zoomen hier einmal auf zweimal ran, dann haben wir im Endeffekt das hier. So, und boom. Grundsätzlich, klar, die Ecken sollte ich natürlich dann abschneiden, weil es ist halt nicht breit, sondern nur hochkant. Und hier kann ich genau dasselbe machen. Am Anfang, wo wir hier quasi starten, also sprich hier, gehen wir auf einfachen Zoom. Und hier, wo es aufhört, gehen wir auf doppelten Zoom. Und hier machen wir genau dasselbe, gehen wir auch auf einfachen Zoom und animieren auf doppelten Zoom. Und dann sieht das relativ interessant aus. Versucht, die Ecken auszublenden, ja, die würde ich normalerweise abschneiden hier. Aber die machen es schon ziemlich kaputt. Sekunde. So, jetzt haben wir im Endeffekt das hier gemacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch zum Rauszoomen machen und nicht zum Reinzoomen. Und ich lasse das jetzt einfach mal für euch laufen, ja. Dann seht ihr, was ich meine, warum dieses Zoom-Feature so unfassbar mächtig ist. Auch gerade für mich, wenn ich irgendwie Content machen möchte. So, alle wieder da? Gut. Das ist das fertige Video. Und wir sehen halt buchstäblich nur einen leichten Qualitätsübergang, falls ihr es gemerkt habt. So, plopp. Und dann, gut, ich habe den Zoom nicht gleichförmig gehabt. Aber von der Qualität her wird es natürlich, wenn wir reinzoomen, immer ein bisschen erstmal schlechter. Und dann ploppt es plötzlich wieder in die bessere Qualität. Aber grundsätzlich ist das ein Ansatz, den man natürlich wählen kann, um Bilder wirklich bewegt zu machen. Und es fällt auch nicht besonders stark auf. Nur eben ganz leicht an den Seiten. Das müsste man dann natürlich noch fixen. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Gerade, wenn man, wie gesagt, rauszoomt, kommen da richtig coole Sachen bei rum. Gut. Okay. Ja. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Gönnt euch ein bisschen. Und ja, wie gesagt, das hier sind sehr, sehr Basic-Prompts. Nicht wundern. Das war sehr, sehr einfach gemacht. Ich wollte euch einfach nur den Unterschied zwischen den Versionen zeigen. Schaut euch die anderen Videos an, wenn ihr bessere Problems machen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.